Für mich bedeutet eine Frau eine Perle, eine Perle. Ich liebe die Frau, sehr sogar. Liebe Damen, ich bin eine Lady. Ich bin seit 40 Jahren 72 Jahre alt. Mein Name ist Nen. Ich liebe flache Haustiere. Ich kann auch gut spielen. Ich war 32 Jahre verheiratet mit meinen Armen. Ich liebe bei Frauen Köcke, Hody weniger. Hody mag ich nicht sehr. Ich möchte eines sagen, meine lieben Damen. Ich bin ein K-K-Kanke. Und es würde mich sehr glücklich machen, wenn mich die Frau nahe nimmt. Auch in der Kirche. Auch in der Kirche. Das ist mein sennigster Wunsch. Ich möchte mit dieser Frau, die was mich zum Mann nimmt, zusammenbleiben, bis uns der Dorfschein scheidet. Ich möchte das machen, bitte Tagen. Ciao. Bild. Dassyrio Wie soll.